Die Falbi-App können Sie kostenlos im Google Play Store oder im App Store herunterladen. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie in der Foto-App für landwirtschaftliche Förderung Bayern, kurz Falbi, Aufgaben zum Flächenmonitoring bearbeiten können. Zum Einloggen in die Falbi-App benötigen Sie Ihre Betriebsnummer und Ihr Passwort aus Ihren HIT-Zugangsdaten. Geben Sie Ihre Betriebsnummer in das Feld Benutzername und Ihr Passwort in das Feld Passwort ein. Klicken Sie anschließend auf den Button Anmelden. Nach der erfolgreichen Anmeldung erscheint das Fenster mit den Aufgaben. Bitte aktualisieren Sie zuerst die Seite. Dazu tippen Sie rechts oben auf die drei Balken und wählen anschließend den Menüpunkt Daten aktualisieren. Steht für Sie eine Aufgabe zur Kulturartenerkennung oder Mindesttätigkeit zur Bearbeitung bereit, werden Sie per E-Mail darüber informiert. Aufgaben zu den entsprechenden Kollab- und VNP-Maßnahmen stehen ab der Abgabe des MFA zur Verfügung. Die Aufgaben sind nach Fristende sortiert, sodass Sie demnächst anstehende Aufgaben in der Liste ganz oben finden. Sie können Aufgaben suchen, indem Sie einen Text in das Suchfeld oben links eingeben. Durch Tippen auf das Trichter-Symbol oben rechts können Sie Aufgaben nach verschiedenen Kriterien sortieren oder filtern. Offene Aufgaben sind in schwarzer Schrift, fällige Aufgaben in orangefarbener Schrift dargestellt. Aufgaben, die bereits erledigt oder eingereicht sind, erscheinen in grauer Schrift. Aufgaben mit abgelaufener Frist erscheinen rot. Für diese Aufgaben ist ein Einreichen nicht mehr möglich. Sie gelangen auf zwei verschiedenen Wegen zur Aufgabenbearbeitung. Über die Aufgabenliste Oder über das Kartensymbol Wenn Sie über das Kartensymbol in die Aufgabenbearbeitung gelangt sind, stehen Ihnen hier noch Zusatzinformationen zur Fläche zur Verfügung. In der Kartenansicht können Sie auch andere Aufgaben aufrufen, indem Sie von Feldstück zu Feldstück wischen. Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten, tippen Sie auf die entsprechende Aufgabe, Sie gelangen dann in die Aufgabenbearbeitung. Im Titel wird die Aufgabe benannt. In der Beschreibung werden die notwendigen Maßnahmen zur Erledigung der Aufgabe beschrieben. Mit Klick auf das Plus-Symbol wird die Kamera für die Aufnahme von Panorama- und Detailfotos gestartet. Hinweise zur Gestaltung der Fotoaufnahmen finden Sie unter dem Infobutton auf der rechten Seite. Fertigen Sie nun Panoramabild und Detailaufnahme wie in der Aufgabe beschrieben an. Sie können dabei jeweils bis zu drei Bilder aufnehmen. Dabei ist es wichtig, dass am Mobiltelefon das Standortsignal eingeschaltet ist, damit die Standortkoordinaten erfasst werden können. Sollte das nicht der Fall sein, zeigt die App das durch ein rot gefärbtes Symbol und den Hinweis ungültige Position an. Dieses Symbol erscheint auch rot, falls Sie sich bei der Aufnahme nicht an der bearbeiteten Fläche befinden. Sie erhalten in diesem Fall nach der Aufnahme einen entsprechenden Hinweis. Korrigieren Sie in diesem Fall Ihren Standort und achten Sie darauf, dass die Standortbestimmung Ihres Mobiltelefons aktiviert ist. Falls Sie sich außerhalb der Fläche befinden, ist das Kartensymbol rot eingefärbt. Ein oranges Kartensymbol bedeutet, dass Sie sich in der Nähe der Fläche befinden. Sobald Sie sich auf der Fläche befinden, wird das Kartenstandortsymbol grün. Sie können den korrekten Standort auch immer im Bearbeitungsfenster der Aufgabe erkennen. Wenn die Qualität des Standortsignals sehr schlecht ist, können Sie das Foto auch mit einem roten Standortsymbol aufnehmen. In diesem Falle wird die Aufnahme von der Sachbearbeitung auf Plausibilität kontrolliert. Sie sollten bei der Panoramaaufnahme darauf achten, dass markante Landschaftsbestandteile auf dem Foto zu sehen sind. Beim Aufnehmen sollten Sie auf einen geraden Horizont achten. Tippen Sie dazu auf das Linealsymbol in der Menüleiste, um einen Winkelmesser einzubinden. Richten Sie Ihr Mobiltelefon so aus, dass die Linie bei ca. 0 Grad anliegt. Mit Tippen auf das Kartensymbol wird eine Übersichtskarte eingeblendet. Ihre aktuelle Position wird durch den blauen Punkt dargestellt. Bei der Aufgabe Kulturartenerkennung können Sie bis zum angegebenen Stichtag eine Änderung der Kulturart melden. Setzen Sie dazu einen Haken in das entsprechende Feld. Wählen Sie nun bitte die neue Kulturart aus der Auswahlliste. Alternativ hierzu können Sie die neue Kulturart auch im Suchfeld eingeben. Der Nutzungscode der Hauptfrucht wird Ihnen dann zur Auswahl angeboten. Möchten Sie dazu noch eine Information geben, können Sie diese im Bemerkungsfeld eintragen. Wenn Sie die Aufgabe vollständig bearbeitet haben, schließen Sie sie ab, indem Sie auf den Haken oben rechts tippen. Möchten Sie die Bearbeitung der Aufgabe ohne Speichern abbrechen, tippen Sie auf das Kreuz oben links. Die bisher eingegebenen Daten gehen in diesem Falle verloren. Die erledigte Aufgabe wird nun in der Aufgabenübersicht grau und mit dem Hinweis abgeschlossen dargestellt. Um die abgeschlossenen Aufgaben an Ibalis zu übertragen, tippen Sie auf das Hauptmenü und anschließend auf Daten aktualisieren. Sie erhalten anschließend eine Rückmeldung zur Übertragung Ihrer Daten. An Ibalis übertragene Aufgaben sind mit dem Status eingereicht, gekennzeichnet. Wenn Sie Fragen zur Aufgabenbearbeitung in der Falbi-App haben, rufen Sie im Hauptmenü den Punkt Hilfe auf oder wenden Sie sich direkt an Ihr Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017